Also, Brüderchen, welchen Film möchtest du sehen? Ich weiß nicht. Wir werfen eine Münze. Das Einzige, was ich hier habe, ist der Peilsender. Grün oder Violett? Grün. Becky, Vorsicht! Der Peilsender! Wir müssen ihn zurückholen! Hey, was sind das für Idioten? Die sind für euch! Oh! 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 Was meint ihr, wo ist der Robotron hingefahren? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden. Wir teilen uns auf und suchen ihn. Alles klar. Egal, was ihr von mir wollt, ich werde es euch nicht geben. Ach, was bist du mutig. Scrozzle, du bist ein Genie. Ein wahres Genie. Wo bin ich hier? Willkommen in deinem neuen Labor. Was ist das für ein Ding? Nun, du Supergenie. Ich bin Scrozzle und ich brauche von dir einen Neuralangleicher, um mein Meisterwerk zu vollenden. Das Cybergate! Was hast du mit mir vor? Du wirst jetzt für uns einen speziellen Roboter bauen. Es wird dich sicher erfreuen, dass wir alles vorrätig haben, was du dazu brauchst. Hey, das ist meine Grid-Metal-Force-Technik. Bei dir gestohlen von meiner Wenigkeit. Speicherlaufwerke, Waffen, Sensoren. Und du wirst all diese Dinge in den Roboter einbauen. Ebenso wie du es bei den Beast-Bots gemacht hast. Noch Fragen? Das Portal. Und der Roboter. Ihr wollt Evox wieder zurück in unsere Dimension bringen? Bingo! Ich werde euch niemals helfen. Oh doch, das wirst du. Wenn nicht, dann! Denk nach, Nate. Du kommst da irgendwie raus. Okay. Ich weiß, was ich tun soll. Bitte tut mir nichts, bitte. Bitte. Ich sagte doch erst jämmerlich. An die Arbeit. Kein Anzeichen von ihm in Sektion Delta-7-7. Auch nicht in Sektion Tango-2-5. In Sektion Echo-8-4 ist auch nichts. Versuchen Sie es noch einmal auf seinem Handy. Hatten Sie Glück mit dem Robotron? Keiner von uns hat was gefunden. Ich verstehe. Aber jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Nate ist nicht zur Basis zurückgekehrt und sein Communicator ist offline. Wir haben ihn allein im Wald gelassen. Er könnte in Schwierigkeiten sein. Wir werden ihn suchen gehen. Warten Sie. Nate ist ein intelligenter junger Mann. Er wird sich vielleicht selbst helfen können. Aber er ist kein Kämpfer, Commander. Er kann sich nicht verteidigen. Commander, wir haben leider schlechte Nachrichten. Ja, dieser Lastwagen mit dem Morphax. Wir haben ihn gesehen und unser Peilsender ist... ist... Er, er, er ist auf den Lastwagen gefallen. Sorry. Warte. Wenn der Peilsender auf den Truck gefallen ist, dann bedeutet das, dass wir den Truck und vielleicht auch Nate finden können. Oh ja? Super Idee. Er hat ihn gefunden. Da ist ein leerstehendes Lager aus in Sektion Kilo 1-8. Gut gemacht, Ben und Betty. Mhm. Bringt Nate gesund zurück. Gut gemacht, Ben und Betty. 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 Bis zum nächsten Mal.